hallo schön und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge AstroBot, hier gehen sie weiter zum nächsten Planetenkonstruktionskaracho. Hier gibt es einiges einzusammeln was Figuren angeht bzw. Bots und die versuchen wir jetzt mal mitzunehmen. Boah, eine riesige, also eine Himmelsstadt, nein, jetzt habe ich schon wieder geschlafen. Oh, komm, das müssen wir kriegen, das müssen wir kriegen. Oh, sehr schön. Erste hätten wir schon mal, sehr schön. Konstruktionskaracho. Ich muss, ich muss sagen, das erinnert mich so ein bisschen an Megaman 7. Ne, die machen gar nichts. So, es ist einfach nur Dekoration oder was? Okay. Filter. Ich hoffe, ich habe jetzt gar nichts vergessen. Ich weiß gar nicht, sind die zur Dekoration dahin, die Roboter? Ich denke mal. Guck mal, der ist schon der Erste. Also hier sieht man, da sieht man, oh nein, 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 nein. Kann man schnell was übersehen? Ist der die immer treten, wenn er die befreien tut? Okay, Nummer zwei. Okay. Gut, sonst ist hier nichts. Ne, okay. Äh. Edea hat eine Truhe. Warte mal. Nicht verschwinden. Was ist drin? Oh, ein Robo-Dog. Und was kann der? So. Ich habe immer das Gefühl, ich würde irgendwas vergessen. Ist das eigentlich egal, wo wir hier reinspringen? Okay. Ja, das ist eigentlich völlig egal. Okay. Also, ich denke mal, da hinten geht es weiter. Da ist ein... Was ist gut, was mache ich denn? Ich denke mal, ich muss da bestimmt irgendwas reinschmeißen oder so. Ich würde gerade sagen, ich höre doch die ganze Zeit ein. So, da hätten wir auch den Nebzumarm. Ach so. Stopp. Das passiert da gar nichts. Toll. Ach, guck mal da. Ja, ich brauche ganz viel. So viel, bis es nicht mehr geht. Nummer zwei, sehr schön. Oder Moment mal. Vielleicht? Probier mal was aus, ob es geht. Nee. Okay, ich dachte jetzt, da wird irgendwas passieren. Was ist denn mit dem hier? Okay, da. Keine Reaktion. Okay. Ah, da. So. Nur noch drei Stück. Oh, oh. Aber hier unten ist jetzt nichts mehr, ne? Ja, ich will nur auf Nummer sicher gehen, bitte sein, dass wir hier irgendwas vergessen haben. Nö, okay. Das ist ein Teil jetzt weggeflogen. Ach so, das Ding. Okay. 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 Ich glaube, da komme ich jetzt nicht mehr hoch, oder? Boah. Okay. Ach. Guck mal. Da oben ist ein Bot. Nein. So. Dann ist der da bestimmt da unten der eine. Weil ich denke mal, ja, da geht es weiter. Das heißt, ich muss jetzt wieder zurück. Nein, warte mal, warte mal. Ich bin da noch gar nicht so weit. Oh Gott. Aber ich kann noch zurück, ja? Aber den... Ja, den haben wir noch. Okay. 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 Ich muss den hier runter spülen. Kann das sein? Dann bin ich drauf. Ach, gucke mal. Ich kenne den Charakter auch, aber ich komme nicht auf den Namen. Mensch, so viele Charaktere, die ich schon gesehen habe, aber... Die Betonung liegt auf Sehen, ja. Was war das jetzt, der dir gefehlt hat? Oh, jawoll. Jetzt fehlt nur noch einer. Was ist das? Guck mal drauf. Hey, die kacken da alles voll. Nee, die da hinten sind Dekoration. Also, ich hoffe es mal. Ich bin schon gerade drin. Wie kacken die hier hin, die Dreckschweine? Was haben wir denn hier drüben? Ach, da hängt er ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sehr schön. Ähm... Ich wollte gerade sagen, uns fehlt aber noch ein Teil. Ah, ähm... Der hier, ne? Ach, guck mal, da ist es. Sehr schön. Haben wir mal einen Abgang. Ja, wir haben alles. Sehr schön. Hä? Ach so. Oh mein Gott. 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 Und wir haben die nächsten Bots. Und jetzt eröffnet sich der Planer, der Große. Oh mein Gott. Für 20 Stück. Wir werden aber zurückgerufen. Ich werde doch gerade mal gucken. Die müssen... Achso. Oh, wir haben das Bild komplett voll. Das Gacha-Labor ist geöffnet, Zeit, deine gesamten Münzen auszugeben. Ah, so. Achso, dann muss man drücken. Hier, was machen die jetzt eigentlich? Die stehen da einfach nur. Jetzt schauen wir mal kurz, was wir da ausgeben können. Ah, das ist das. Das gab es dann im anderen Teil auch. Ähm. Wie mache ich das? Steh auf, Männchen. Halte ich stets Ausschau. Was kostet denn da, ey? 100. Kriegen wir jetzt da? Reicher. Sehr Mitteilungsbedürftige. Komm, noch einmal. Was ist denn das? Vampirjäger Zug noch. Gleich knallt's. Oh, geil. Na, das ist schick. Aber wir wollen ja nicht unser Geld gleich auf einmal ausgeben. Na ja. Ja, gut. Dann machen wir das nächste Mal. Immer nochmal Geld ausgeben. Und da vorne ist auch der große Planet. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.